Hallo und herzlich willkommen, ich bin es, euer Kledi, begrüße euch zu einer neuen Folge, mein Kristoff 3. Ja, ich habe hier ein bisschen weitergebaut, der auf-cam dieses Mal, ich weiß, ich baue ich vom Near-off-cam da, nämlich, ich habe hier einen weiteren Raum gebaut und, ja, oh, verdammt, keine Ziellstände mehr, verdammt, egal. Egal, ich möchte euch hier ganz herzlich grüßen, ich habe mir überlegt, ihr merkt etwas und sie sind heute los, schön aber das Video, natürlich ja, ich habe mir ein neues Aufnahmeprogramm geholt und ein neues Schneideprogramm, aber das erfahrt ihr später nicht, ich war jetzt in diesem Raumstall fertig, als ich etwas Produktives in dieser Folge habe, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, die Herbert-Folgen in der Mitte kackt der Ton ab, wieso auch immer, ich habe dieses Mal einen Freund von mir gefragt, der hat gesagt, der Aufnahmeprogramm ist kacke, Ich dachte, er lügt, aber im Nachhinein hatte er recht, ich musste umsteigen, dann schaute ich mir eine Karte in Nacht auf YouTube-Tutorials an, das ist zugepasst, nämlich Open Broadcast, Off, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Wie heißt das nochmal? Online Broadcast eben das, Warte, ich habe hier aufgeschrieben, Open Broadcast Studio, So, So hat es, Danke zu euch, Oh Gott, Nee, Oh Gott, Jetzt habe ich schon gedacht, Na, jetzt habe ich so einen Mega-Lag, dass wieder die ganze Aufnahme crashen wird, aber nicht, und ihr merkt, ihr könnt euch vielleicht an eine Folge erinnern, die ich nach 10 oder 20 Minuten, nach 18 oder 20 Sekunden sogar, untergeholt habe von YouTube, nämlich eine Bettrausfolge, und ja, die ist in mir, Macher, wieso gibt's Karte da, die, die, die Karte da mal nennt, das war mal ne neise mod, jetzt hättet mir so Feuptüren gemacht, die so ein bisschen kein Stil sind, so rauf, zack, 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 und dann könnt ihr mal, aufmachen, dann ist das auf, und da dr 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 das ist es, ich hätten Sitz ist entdecken das ist es Ich hab hier nicht zuviel geleistet die letzten Tage das ist das Haus von Alex und ver법lig ich finde es mega eine Institors diese bis jetzt ist es flüssig ich liebe es das ist mega nice warte mal ich muss etwas nachschauen ich weiß jetzt nicht ich werde ihn wahrscheinlich einen Schiff hinterlassen ich suche mir nämlich seine Bücher aber wir wollten uns... ah hier das ist der Erdgeschoss so dann sind wir hier im Obergeschoss im Dachboden eh verzieht und... na warte, das ist der 2. Oberstock und das ist der Dachboden der war... lol also ihr müsst euch etwas merken ich... war... dritter Obergeschoss, was hat der doch vor? für... ja ich habe leider eine traurige Nachricht der Minecraft-Herbert-Server geht in 3 Tagen offline Berge, Bauer, B-Ausregel TV und ich haben uns überlegt es wird verlängern eher nicht so weil... ich und... oh... drei Herzen... what the fuck... bii... ey YOLO... ja... wir haben uns überlegt... was müssten noch... noch verlängern... dann... ich habe mir jetzt gedacht... ja gut... das ist Flopfix RP-Haus ja gut... also wir müssen es jetzt machen... das ist jetzt von Daniel... also das ist jetzt glaube ich die nächste Folge heute... von Herbert 3... das ist sein Haus... und dann geben wir nochmal eine Rue... oder... genau... wir machen jetzt mein Haus... also wir machen das fertig... ich hole jetzt einmal Schilder... etwas muss ich sagen... Lieber Berg... Herbert 4... vielleicht... ja... aber... mhm... Ideen... weil es nervt ein bisschen immer... so... weiter mal... ja... wenn es richtig ist... so... 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 genau... ich wollte nicht mehr als 2... dann kann man das Geld auch so grafen... und wenn ihr euch jetzt fragt... hm... warum ist es da und da und da und... interface... ist... ist leider ein 1 Punkt... 8er Textureback noch... und deswegen... wollte ich jetzt nicht zu viel umändern... da hat sich mein Handy gemeldet... nice... während deiner Aufnahme... ich... töte dich Handy... oh mein Gott... ein Steak... ein Motherfucking Steak hat jetzt... ne... oder... ach... come on... wartet mal... ob ich das Zuckerrochen hier dann... Zuckerro... wieviel Räder hab ich eigentlich noch... 2... ok... aber erst einmal Papier daraus machen... also ich möchte an Level 3 Enchanter bauen... weil... Level 3 Enchanter ist nicht mal so schlecht... weil... Level 3... da... Level 30 Enchanter... soren 움직ieren... braucht... so... viel Glas... zack... 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 Ihr hört vielleicht die Tastatur ein bisschen, okay, zwei Schilder, perfekt, so. Wisst ihr was, es ist die letzte Folge, bis ihr Tendenzucker als zack, 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 hinfäden, Zucker, und jetzt deine, wisst ihr was, ich mache mal so etwas kleines, zack, 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 hier in der letzten Folge Full Dia Solo, ich gehe mit meiner OP-Rüstung diese Folge, die letzte Folge, von Minikraft her wird, hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann das brauchen wir, und die Pfeile, Fackel kommen aufe, so, so, ich hole mir jetzt noch die Bücher und das Leder, vielleicht hat er noch Leder, schauen wir, und das Zuckerrohr, ich habe voll viel Zuckerrohr bei ihm gesehen, und der, oh, ha, der hat meinen automatischen Offen aufgebaut, so, der war richtig am Fahnenbild, so, so, hier, oh, Puffel, hier sind die 15 Bücher, den nehmen wir mal, und, oh Gott, jetzt kann sich so einen Fische klopfen, und, oh, so, den hätte er jetzt gehabt, hat er jetzt nicht jemanden Leder gehabt, oder habe ich mich hier verschaut, sonst gehen wir die Kürtürchen, ich dachte, ich habe, habe ich mich jetzt wirklich verschaut, ich gehe lieber mal raufschauen, ... die Spass, okay, so, schreiben. Hallo! Hallo Alex, habe deine Bücher für Frant. Für unseren Level, da weiß ich, Encharta, Encharta genommen. Ich hoffe, dass, oh, hier noch, ich hoffe, dass ich, okay, liebe Grüße, okay, das, Doppelpunkt, Punkt, L, P, T, da war es auch so für. So, jetzt wissen Sie, zack, es ist wirklich nice, jetzt gehe ich hier, zack, mache die Tür auf und zack, geht zu automatisch, automatisiert die Tür. So, warte mal, da ist mein Zuckerrohr. Wie, du bist mein Zuckerrohr. Da ist mein Zuckerrohr. Das hat, ah, noch eine Bücher, ah, noch 30 Bücher, heute, die kann es los. Zack, zack. Und, auch da unten, am 20, ups, ja, warte mal. Hä, das ist, das ist aber nicht richtig gekommen. Ups, ja, und zack, Apu bleibt übrig. Oh, Zähne, ah, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich jetzt schauen, wirklich, so, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So, jetzt müssen wir brauchen Kürtüren. Okay, ein paar Türtypen. Ein paar Türtypen. Genau, hat Lukas. Passt ja rein. Okay, jetzt ein paar Türtypen. Aber, psch, ich brauche keiner wissen. Äh, 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 da wird gleich. Na. Okay, doch. Ich brauche Leder. Ich brauche Leder. Tut mir leid. Ich brauche Leder. Tut mir leid. Ich brauche Leder. Tut mir leid. So, vier Leder. Sechs Leder. Sechs Leder. Tschüss. Sechs Leder. Sind... Papier sind sechs Bücher. Und wieder zwei Bücherregale. Genau. Ich werde nicht so viele Bücherregale brauchen, weil... ... Ich werde jetzt einfach schauen, wie viel Level etwas kostet. Ich werde jetzt mein Essenschwerter finden. Okay, ich habe noch neun Papier drin. Das ist nicht einmal schlecht. Wie kann man jetzt noch drei Bücher machen? Oh ne, wie kann man mehr machen? Wie kann man noch einmal drei Bücher? Nice. Das sind mal vier Bücher. Das sind sechs Bücher. Das sind zwölfe. Ups. Ja. Sacken. Also, jetzt nehmen wir mal so. Das ist die Hälfte immer. Ja. 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 Böcherregale haben wir jetzt nicht noch. Ich schaue ja mal. Ich schaue ja mal. Zawata. Oder... Hast du was? Das ist jetzt Deko, ja. Das Bücherregal ist Deko. Ich werde jetzt nicht mal so einen Hohen machen. Denn ich werde das Projekt abschließen. Und das ist ein Level 22 Enchanter. Können wir jetzt verstehen lassen? Level 22 Enchanter. So. 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 Ist das Projekt? Das Video? Alles gefallen... Was ich hier hochgeladen habe von diesem Projekt? Bitte mich über einen Daumen füllen. Schreibt doch was süßes in die Kommentare. Ich danke, dass ihr sechs Folgen mit mir dieses Projekt durchgehalten habt. Vielen Dank und wir sehen uns bei Herbert 4 oder beim neuen Projekt. Tschüss.